Ich kann gar nicht genau sagen, wann es eskaliert ist. Anfangs sollte es ein Song werden, daraus wurden vier, daraus wurde die Idee eine EP zu machen. Dann kam noch da ein Song dazu, hier noch zwei Songs dazu. Das Release-Date wurde verschoben und am Ende sind es zwölf Songs geworden, geschrieben und inspiriert von meiner, von unserer Tochter Ella. Ihr Lieben, mein Album 720 Gramm ist draußen. Zwölf Songs, alle auf einer Platte. Es macht gar keinen Sinn mehr, heutzutage ein Album raus zu bringen, also mach ich es trotzdem. 720 Gramm war ihr Geburtsgewicht vor zwei Jahren. Sie kamen viel zu früh auf die Welt und schon damals im Jackenhaus entstanden die ersten Skizzen, die zum Beispiel für Edda Maus oder für Schluck auf. Das waren die ersten Songs, die dabei entstanden sind. Und im Laufe der letzten zwei Jahre kamen immer wieder Songs dazu, wenn Edda und ich Zeit hatten, Quatsch gemacht haben, Beats gehört haben und angefangen haben einfach zu freestylen. Letzten Sommer bekamen wir die Diagnose, dass Edda Celebrate Parés hat. Das kannst du jetzt googeln, das kannst du jetzt auch lassen. Es heißt im Endeffekt, dass Edda für ganz viele Sachen, die für andere Kinder ganz selbstverständlich sind im Laufe ihrer ersten eineinhalb Jahre, aus dem Drehen, sich ins Krabbeln zu bewegen, aufzustehen, zu stehen und zu gehen, zu tanzen, im Auftrag zu laufen, dass das für sie ganz, ganz schwer ist und jeder Move, den sie macht, erlernt ist. Und sie einfach jeden Tag dafür trainieren muss, dass sie das kann und es garantiert nicht einmal, dass sie es am Ende wirklich können wird. Das wissen wir nicht, das wissen wir heute nicht. Dieses Album ist mehr als nur Musik, mehr als nur Zeilen auf Melodien, die ich irgendwie mir ausgedacht habe und gesungen habe, während ich Zeit mit Edda hatte. Dieses Album ist auch ein Mutmacher für ganz viele Menschen da draußen, die in einer vielleicht ähnlichen Lage sind, in einer viel schlimmeren Lage noch sind als wir. Die blöd angeguckt werden, komisch angeguckt werden auf dem Spielplatz, weil Idjos' Kind noch nicht gehen kann und noch nicht laufen kann und nicht mitspielen kann mit den anderen Kindern. Das ist für alle, die sich darüber ärgern, wenn wieder mal der scheiß Fahrstuhl kaputt ist und man mit dem Rollstuhl da steht und man einfach nicht vom Bahnsteig kommt. Das ist für alle, die da draußen, die sich darüber ärgern, weil irgendjemand seinen scheiß AMG so geparkt hat, dass man die Schafenseite wechseln muss, weil man dort mit dem Rollstuhl, mit dem Buggy nicht vorbeikommt. Da sind ganz viele Songs auf dieser Platte, die Mut machen sollen, die dazu aufstufen sollen, weiterzumachen, egal wie oft man auf die Fresse fällt, einfach nicht aufzugeben, aufzustehen und trotzdem weitergerade auszugehen. An jedem Song, an jedem Song hat Edda mitgewirkt. Auf Lekosfurt Stille ist alles verstummt und plötzlich sitzt da wieder dieser Fuchs, doch er macht keinen Hux, bis in die Einsamkeit verschluckt. Sie war Ideengeberin, sie hat mir geholfen, Zeilen zu finden. Allein der Titelsong, 720 Gramm, besteht zu 90% aus dem Freestyle, der entstanden ist, keine 24 Stunden, nachdem wir die Diagnose bekommen haben. Edda hat mir geholfen, mal Wäsche aufhängen, hat unten irgendeinen Quatsch gemacht, der Beat lief, ich fing an zu Freestylen und am Ende kam dieser Song raus. Und so war es mit ganz, ganz vielen Songs am Ende. Teilweise so, dass wir Songs geschrieben haben, sofort aufgenommen haben, ich hatte Edda hier auf dem Schoß und sie hat Quatsch gemacht, hat an Kopfhörern gezogen oder mal dazwischen gequatscht, was man vielleicht hört oder eben nicht hört. Authentischer als diese Platte werde ich es wahrscheinlich nie wieder hinbekommen. Ich glaube, es ist leicht jetzt. Hört euch die Platte an, seid so lieb, nehmt euch die Zeit, gönnt das, gönnt das Edda und ja, verliert den Mut nicht daraus. Vielen, vielen Dank an alle, die supporten und vielen, vielen Dank an alle, die unterstützen und uns auf diesem Weg unterstützen, der manchmal scheiße ist, wenn man wütend ist, auch wen auch immer. Wir aber im Grunde einfach mega happy sind, weil Edda einfach ein unglaublich witziges Kind ist und uns unglaublich viel Freude bereitet. Und ohne Edda gäbe es all diese tollen Songs noch. Und das sind 720 Gramm. Nicht mehr, aber nicht weniger. Nicht mehr, aber nicht mehr.